Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir nicht herausgefunden, was mit Omid passiert ist und wir haben jede Menge Antibiotika und was weiß ich für einen Scheiß gefunden. Aber auf den Ton, wie sie Omid sagt, kann das halt nichts Gutes heißen. Boah, guck mal, er hat sich bestimmt besoffen und ist jetzt einfach nur ein bisschen voll. Bleib weg von ihm! Ist er tot? Nee, Punkt, Punkt. Ich sag Punkt, Punkt, Punkt. Das ist immer das Beste. Ich sollte dich nie vergessen. Ich bin so sorry. Ach, das ging jetzt doch bestimmt nur gut. Au. Ich sag nicht schon, er hat nur zu viel gesoffen. Das ist bescheuert. Hey, ich hab ein bisschen viel gesoffen. Äh, mein Bart. Gut. Ich fühle mich, ich könnte etwas benutzen. Ah, du fühlst dich so, woraus hat er dir denn gerade rausgeholt? Aus einer Fernbedienung? Ja, das ist ein toller Punkt, um sowas zu speichern. Du siehst besser, als ich. Alter. Wir haben es fast nicht rausgekommen, wegen diesem Scheiß. Wir sollten ihn hinterlassen, aber wir hatten die Chance. Ist das so? Ja, jetzt guckst du mich wieder so böse an. Was ist da draußen passiert? Wir haben eine Fette-Sauf-Party gefeiert, genau wie du. Eigentlich weniger. Okay, mit ein bisschen Glück, you should start feeling better pretty soon. Mit ein bisschen Glück, aber wir haben kein Glück. Er ist vor einem Zug gefallen, mit Gebücheln und was weiß ich noch alles. Ah, nee, der ist nur vor einem Zug gefallen. Aber es sind so schon viele Leute gestorben. Wir haben kein Glück. Ist das so? Dann haben wir doch mal ein Little Talk in Private, ne? Tut mir leid mit Bree. Danke für deine Hilfe. Was ist denn das für ein schicker Scherpen? Ah. Ja, das habe ich gesehen, denn es gab auch keine Option für mich. Das kann man alles gut oder schlecht sehen. Man kann sich aus Überlegung konzentrieren, aber... Naja, wenn man nicht zerfiegt, ne? Äh. Darf ich unten in den Safe holen? Bitte, in der Kanalisation, im Safe. Äh. Ähm. Ähm. Nein, danke. Nicht wirklich. Du musst ja auch nicht so aggressiv sein. I'm doing what's best for business. Vielen Dank. Ist das so? Oh, ist ja gut jetzt. Das ist mein Mädchen. Ist ja... Ist ja gut. Nimm deine Pfoten weg. Eigentlich hat er Hände gesagt, aber egal. Nicht Pfoten. Toll gemacht. Lee. Du bist der Größte. Da steht... Geh. Und was macht der? Der fährt den an und will den noch verprügeln. Ist ja gut, Kollege. Ist ja gut. Man hätte das auch ausdiskutieren können. Aber wenn man wieder zu viel gesoffen hat, dann funktioniert das leider nicht so, ne? Leider nicht. Was ist mit ihr? Hey, gehst du irgendwo? Du willst jetzt nicht abhauen, oder? Schnucki. Ja, ich bin überraschend raus. Oh. Ich wollte nur, danke sagen. Für alles. Es hat sich Spaß gemacht. Bist du dir ganz sicher? Ich finde, du solltest mit uns kommen. Finde ich. Wirklich. Kenny arbeitet jetzt auf dem Boot. Ich dachte, du wärst mit uns gekommen. Gott weiß, du bist nicht. Ja, ich habe mich überraschend gedacht. Es ist nicht für mich. Du musst ja auch nicht ins Wasser rein. Du fährst ja über dem Boot. Ah, okay. Wenn das so ist. Deswegen wollte ich auch gerade rausschleichen. Ja, dann. Bis später, ne? Wir haben nicht mal gebobbt. Gibt's doch gar nicht. Lee, du bist so unproduktiv. Siehste mal. Da hab ich sie auch gerade verteidigt, indem ich einen unschuldigen Arzt fast vermöbelt hätte. Warum hast du gerade so mit dem Kopf gewackelt? Ist sie vielleicht schon ein Zombie oder eine neue Version von Robotern? Und sie hat gerade ein Virus. Ah, das wäre natürlich doof, ne? Das wäre doof. Hi, Clementine. Ich hab den Arzt gerade wegen dir verprügelt. Bist du stolz auf dich? Nein, ich bin doch kein Arsch. Natürlich aus Wasser. Hallo, das ist schon alles. Natürlich fragt sie genau das. Wohin auch immer, Kenny sagt. An einen anderen Ort. Ich weiß es nicht. Wir finden schon irgendwas, ne? Schon irgendwas. Vielleicht finden wir ja Generous. Und dann spielen wir ordentlich mal Daisy nach. Ähm. Er hat viel durchgemacht. Er fühlt sich schuldig. Daran ist er selbst schuldig. Er fühlt sich schuldig. Er hat viel durchgemacht. Mit Sicherheit. Oh. Ähm. Nein, vergiss es lieber. Dazu haben wir vielleicht keine Zeit. Tut mir leid. Aber vielleicht finden wir sie auf dem Boot? Auf dem Wasser? Weine nicht. Hand ausstecken. Hand ausstecken. Streck die Hand aus. Oh. Das hat man davon, wenn man immer ehrlich ist. Clem, Clem. Deine Eltern suchen doch bestimmt nach dir. Bestimmt. Ne? Also das, was wir auf dem Anrufsbeantworter gehört haben. Hm. Vielleicht ruft er der geheimnisvolle Herr auf dem Radio wieder an. Das wäre doch eine geile Sache. Cool. Ich habe ein kleines Mädchen zum Einen gebracht. Bin ich nicht der Größte? Ich bin der Größte, oder? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich der Größte bin. Nein, macht es besser nicht. Du suchst jetzt nicht selber nach deinen Eltern, oder? Das Radio. Das habe ich eben sogar noch erwähnt. Mach die Kackmusik aus. Das Mädchen ist nicht mehr im Haus. Da humpel ich doch mal direkt mal hier nach unten, ne? Keiner mehr. Warte, was? Hallo? Ist das ein Traum? Oder bin ich zu spät? Achso, die sind bestimmt mal da. Clementine! Clementine! Ist sonst noch irgendjemand da? Oh, Gott. Oh. Das ist nicht so gut. Rein mal da hin. Du guckst aber auch so psychomäßig drauf, Mann. Ist deine Hose wenigstens noch im Arsch? Das wird doch wundervoll. Voll in der Ritze. Ja, das ist ihre Mütze. Moment, was? Ist das das Radio? Oh, das ist eine doof Idee. Kollege, das ist eine doof Idee. Oh, ich weiß, was sie macht. Oh, nö. Gucken wir erst mal die Mülleimer an. Erst die Mülleimer. Es ist ein Mülleimer. Oh, hi. Haha. Ist das nicht toll, dass ich das gemacht habe? Will später, du fette Sau. Haha. Jetzt nehmen wir das Radio. Dann kriegst du jetzt auf den Sack. Das ist zwar nicht dein Sack, aber egal. Warum kommt immer dieselbe Musik, wenn ich einen Zombie in die Fresse haue? Immer. Jedes Mal. Schön, dass ich erst auf die Mülltonne geguckt habe. Vielleicht wäre ich auch sonst gestorben, wenn ich erst das Radio genommen hätte. Das war ein Zombie-Faller, ne? Oh. Saug es raus. Saug es raus. Saug es raus. Das ist scheiße. Oh, kacke. Junge, saug es raus. Mach irgendwas. Es muss sein. Es geht nicht. Clementine. She's not in her room. Oh, Gott. What the hell is going on? Whose blood is that? Oh, Gott. Oh, my God. Aber wir haben ja Antibiotika. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance, she just wandered off on her own? No. Das... No way. Then who the hell took her? Wieso? Das könnte doch sein. Jetzt, wo sie irgendwie nach ihren Eltern guckt oder das Radio hat sie wieder dazu verleitet oder der Typ am Radio. Ganz bestimmt ist das der Typ am Radio gewesen. Die fette Sau. Und ich habe meine Lichtfälle gerade vom Tisch geballert. Statt nicht geil. Was ich brauche? Vielleicht Hilfe, um sie zu finden. Äh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wow. Das... Damn straight. Dann sage ich mal... Hell yeah. Danke. Was für ein Team. Was ist mit Kenny? Kenny hat noch nichts dazu gesagt. Moment, die Lampe wieder drauf. Jetzt, wo ich gebissen bin. Lee, Mann. Du weißt, ich trage mich über Clementine. Und ich bin ein christlicher Mann. Und ich stelle mich immer fragen. Wenn das war ich, dich für Hilfe zu fragen? Ich frage dich, dein Leben auf die Linie zu setzen? Würdest du da für mich sein? Weil es gibt viele Zeiten, und du bist nicht. Das Gegenteil. Wie das Gegenteil? Hast du auch mal an die Situation gedacht, wo ich dir geholfen habe? Ich kann das alleine tun. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Lee, ich weiß, dass du mein Bruder hatten, als wir zuerst kamen. Du hast wirklich aus mir und mir geholfen. Und seitdem, hast du dir mehr oft ausgesucht, als deine Freunde. Ich bin sorry. Du bist auf deinem eigenen. Oh. Was für dich, Ben? Ich weiß nicht. Ich danke dir. Na, so halbwegs. Clementine ist für dich eingetreten. Das ist so. So ein bisschen. Okay. Das hört sich doch gut an. Bis auf, dass ich gebissen wurde. Let's head out. I'll get the boat out onto the river. I can wait there until you get back. Or at least until nightfall. You're still gonna take me. Even bit. Yeah. Ah. We'll figure out what to do about that, when the time comes. Ich danke dir. Trotzdem. Aber, mal so nebenbei. Come on guys, let's go. Wie wär's mit... Also, ich will jetzt hier nicht wie er mein Gehirn mal rausbomben lassen. Aber wie wär's mit... Äh, Antibiotika? Das, was wir gefunden haben? Oder hast du das dem Arzt gegeben, den du weggebombt hast? Ach, das ist ja wundervoll. Was wär eigentlich passiert, wenn ich nicht auf die Mülltonne geklickt hätte? Ah, guck mal, jetzt geht's hier zurück. Ist hier zufällig einer? Oder was ist mit dem passiert? Ist ich noch da? Ich bin gebissen worden. Hallo. Das ist ein schickes Muttermal. Du hast nix gemacht. Wieder bandagiert. Noch ausgesaugt. Noch gereinigt. Noch Antibiotika. Noch geht's mit der Knarre da rein. Äh. Hallo? Was ist denn mit dem passiert? Jetzt von hinten? Keine Bewegung. Drecksack. Ist das so? Vielleicht sind die so... Meinst du, die haben alles weggepäubt und dann haben sie sich versteckt in den Leichenteilen? Ja, guck doch mal nach, ne? Vielleicht ist ja was in den Leichenteilen mit drinne. Vielleicht versteckt sich da einer in den Bunkern? Sehr unwahrscheinlich, mein Freund. Sehr unwahrscheinlich. Wie wär's mit Antibiotika? Das wär' ne gute Sache. Und nicht da so einfach nur mal so draufliegen und warten, bis du dich langsam so entwickelst, ne? Ist ein größerer Mann. Warte, was? Bin ich eins, der das hört? Oh, sie riechen ihren Bruder. Vielleicht liegt's doch daran, dass meine Pistole mittlerweile ein bisschen stinken muss. Hm. Das sind gar nicht viele. Und das ist ein sehr guter Moment für Clementine, nicht da zu... Oh Gott, nein! Oh. Nicht zu laut. Ist die im Haus? Vernon, du Arschloch! Was? Wie jetzt? Wer spricht da? Wer ist das? Vernon, if that's what you're thinking. Oh. Then you should really watch your tone. Ist das so? Clementine's fine. But if I were you, I choose my next words very carefully. Ah, okay. Dann gebe sie mir doch bitte weg. Äh, zurück. Ich mach dich fertig. Bitte tu ihn nicht nehmen, was willst du von mir? Warum guckt der so? Oh, The Walking Dead, Episode. Die, äh, Episode. Episode. Die Zeit wird knapp. Heilige Kacke. Alter. Und jetzt wurde ich auch noch gewissen. Zeigen sie den Biss. Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? 80% haben den Biss gezeigt. Wow. Sind das alles nette Arschlöcher. Wir sind doch alles so richtig nette Arschlöcher, ne? Der Junge auf dem Dachboden. Du und 74% der Spieler haben ihn umgebracht. 74%, 74%, 74, nicht 60. 74% der Leute sind Arschlöcher. Du hast den Junge auf dem Dachboden umgebracht. Was? Hast du den Junge auf dem Dachboden? Achso, okay. Äh, hippokratischer Eid. Äh, hast du Vernon belogen und bedroht? Du und 66% der Spieler waren rational und aufrichtig. Viel lobenswert von mir. Allein zu Hause. Hast du Clementine mitgenommen? Du und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Wow, da habe ich ja sehr originell, Entschuldigung, sehr originelle Entscheidungen getroffen. Wem die Stunden geschlägt? Der ist hinüber. Hast du Ben in den Tod stürzen lassen? 44%, ne, 34% haben den in den Tod stürzen lassen? Ihr habt sie auch am Gocke, ne? Mein Gott. Immerhin, 66%. Das ist eine tolle Zahl. 66% der Spieler haben ihn aufs Dach gezogen. Wieso auch nicht? Lässt ihn doch nicht einfach da runterfallen. Was für Arschlöcher sind wir denn? Keine. Wer begleitet Lee? Warte mal, was? Achso, ah! Das ist, äh... Achso, das ist die Anzahl von den Leuten, was bei denen allen passiert ist. Das heißt, bei 13% sind Omid, die Frau, dessen Namen ich immer noch nicht kenne, äh, also die Frau von Omi Doppel D natürlich, ne? Und Kenny und Lee. Okay, und Ben vereitelt sich. Ja gut, bei 10% waren es, äh, Ben und Lee. Das heißt, die waren alle sehr zurückhaltend zu Ben. Vor allem probiert, ihm noch so ein bisschen aufzubauen. Bei 12% Kenny und Ben. Das ist eine komische Kombination, muss ich sagen. Bei 16% alle. Was statt denn? Bei 16% sind das alle. Oh Gott. Bei 11% sind es nur die Omi von Doppel D und die Frau. Die scheinen ja relativ treu zu sein. Ja, äh, schon, ne? Also, irgendwie schon. Bei 14% sind es Ben, äh, Omi Doppel D und die Frau von Omi Doppel D. Und ich natürlich, ne? Meine Wenigkeit ist immer vertreten. Bei 18% waren es Kenny und Lee. Das heißt, eine ganze Menge bauen dann da wirklich mega extrem auf die Freundschaft. Aber ich probiere, das ehrlich zu spielen. Natürlich ist Kenny, kannst du jetzt als besten Freund von, äh, Lee oder von uns gerade hier sehen. Aber ich finde, man soll auch keine Scheiße bauen. Ich bin ihm weder in den Rücken gefallen. Das einzige Mal, woran ich mich erinnern kann, war am Anfang bei dieser Medikamentengedönse-Ausgabe, glaube ich. Da war irgendwas, so jedes Mal, wenn ihm was nicht gepasst hat, stand bei mir irgendwie, was weiß ich, wir machen das und das. Und dann stand das da so beschrieben in dem Textgedönse, als ob das so ein Mittelweg ist, ne? Und dann sagt der, nö, Kenny, fick dich. Dat machen wir nicht. Wir machen dat und dat. Dann sagt der, du bist ein Arsch. Ja, und so geht das. Und bei 6%, oh, die armen 6%, hat gar keiner mitgemacht. Die haben aber eine Menge falsch gemacht. Meine lieben Freunde, das tut mir auch schon fast leid, ne? Und ich würde auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Kapitel 5 oder bei Episode 5 von The Walking Dead. Denn bald kommt schon The Walking Dead 2 raus, wenn du es so sehen willst. Nur was wird mit Lee passieren? Ich bin mir nicht sicher. Hinter jeder Ecke. Und die Credits gucken wir uns diesmal nicht mehr an. Ich würde mal sagen, Jessica Luzzano und ich und Chris Bauer verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr von The Walking Dead haben wollt, dann schreibt mir das. Und vor allen Dingen, wenn ihr gespannt seid auf The Walking Dead 2, dann schreibt mir das auch. Und vor allen Dingen, das, was am wichtigsten ist, um mich so ein bisschen aufzubauen, ne? Um mir dafür die Motivation zu geben. Wenn ich The Walking Dead 2 Let's Playen würde, würdet ihr das tatsächlich bei mir schauen? Nur mal so als Frage nebenbei. Ihr braucht mich nicht schon. Sagt einfach ganz aus der Pistole rausgeschossen die Antwort, die ihr sagen wollt. Das Ganze passt da nicht. So wie ich hier halt durch die Gegend renne und die ganzen Fragen und sowas beantworte. Kleine Mädchen zum Heulen bringen, dem ich sie beeint sage. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und schizzle man es so.